Die wilde Heidelbeere. Zentrale Wirkung ist die Eindämmung von chronischen stillen Entzündungen und auch Schutz vor oxidativen Stress. Dann hat sie auch sehr positive Auswirkungen, zum Beispiel in Bezug auf das Gehirn, aber auch bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Geschichte und auch für die Entgiftung. 50 Prozent der deutschen Bevölkerung haben eine chronische Erkrankung, im Durchschnitt 15 Jahre lang. Es zeigt ja auch, dass die bisherigen Ansätze, auch wenn der Fortschritt gefeiert wird, nicht unbedingt die gewünschte Wirkung haben, sondern eher im Gegenteil. Die Leute werden eigentlich immer früher, immer kränker. Das ist ja jetzt eben nicht nur eine wilde Blaubeere, sondern das ist ja ein riesen Konglomerat an Naturstoffen. Und das ist, glaube ich, einfach der Punkt. Die Zeit ist da, dass die Menschen immer mehr realisieren, es gibt eine Alternative. Das Wort Wirkstoff darf ich ja nicht nennen, aber es sind Stoffe, die dir helfen können, dein Wohlbefinden zu unterstützen. Das darf ich sagen. Also ich habe auch schon zwei Abmahnungen bekommen von Pharmaindustrie, deswegen bin ich da vorsichtig mit dem, was ich sage. Diese wilden Blaubeeren zählen eben zur Gruppe von den Adaptogenen. Den Menschen geht es ja nicht so besonders gut, weil viel im Außen ist und sie kommen aus dem Gleichgewicht. Dabei hilft einfach die wilde Blaubeere. Wenn du die jetzt nehmen würdest, dann setzt die eben dort an, was zuerst jetzt bei dir wieder in die Regulation gebracht werden muss. Natürlich die Zellgesundheit, Herzgesundheit, alles, was mit einer Entzündung da zu tun hat. Ein Riesenthema sind Darmerkrankungen. Dann alles, was mit Wehen zu tun hat. Da sind wir wieder bei der Leber, bei der Entgiftung, weil sie geht auch durch die Blut-Hirn-Schranke. Die Liste ist irre lang. Es ist einmal quer durch den Garten sozusagen, durch diesen Schmerzgarten. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Jürgen Schumann und ich interviewe heute Jutta Suffner. Und wir sprechen unter anderem über die Heidelbeere. Und ja, die Jutta hat ein Studium für Biomedizin absolviert und hat in Kanada an neurodegenerativen Erkrankungen geforscht. Hatte selber auch einige gesundheitliche Herausforderungen in ihrem Leben und hat da bei der Lösung dieser Themen auch gewisse Transformationen durchgemacht. Und ich denke, du kannst uns auch gleich noch ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit, deinen Werdegang verraten, bevor wir auf das Gesprächsthema kommen. Also was sollte der Zuhörer, Zuschauer noch wissen über dich und deine Arbeit? Ja, guten Morgen, Sören. Erstmal vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf. Mein Thema ist ja so, bringen die Menschen in die chronische Gesundheit? Und da ich ja aus der Schulmedizin komme und auch noch vor meinem Studium eine Ausbildung zur MTR machte, damals an einem großen onkologischen Institut, wurde ich sozusagen direkt in diese onkologische Krebswelt reingeworfen. Und bin dann, ja ich sag mal, so geprimed worden, dass eben, ich sag jede Frau oder dass gewisse Krebsarten, wie beispielsweise Brustkrebs, das war ein großes Brustkrebszentrum, dass man diese Sachen eben irgendwann bekommt. Wenn man älter wird, ist man krank, dass man solche Sachen vererbt. Und du wirst im Prinzip dann einfach nur auf diese Krankheit oder diese Krankheitslösungen hin vorbereitet. Es fragt aber nie einer, warum haben die das? Und es ging immer nur um chronische Krankheiten. Und wenn wir uns überlegen, chronische Krankheiten nehmen einfach massiv zu. Ich glaube schon jeder, das hatte ich gestern gelesen, jeder 20-Jährige, da gibt es schon 30 Prozent chronische Erkrankungen. Ich meine, das ist doch erschreckend. Und im Laufe meiner Zeit, auch vor meinem Studium, nachher noch 20 Jahre Ultraschallschulung, die ich machen durfte, ging es immer nur darum, wir haben einen Befund, wie können wir den früher entdecken? Es gab aber nie die Frage, warum hat er das? Das können wir tun, damit er es eben nicht bekommt. Und ich gebe ehrlich zu, ich war ziemlich in diesem schulmedizinischen Fahrwasser. Und als es mich dann mit 33 selber mal rumgebröselt hat mit einer Herzmuskelentzündung, die mich dann ein Jahr lang ans Bett gefesselt hat und ich brauchte wirklich sieben Jahre, um wieder topfit zu werden. Ich habe diesen Schlag gebraucht, um dann zu erkennen, Moment, ich komme mit der Schulmedizin nicht weiter. Ich hatte dann drei Jahre einen Schwerbehindertenausweis. Ich konnte definitiv nichts machen. Und das ist in dem Alter halt echt blöd. Und wenn dir dann immer nur von außen gesagt wird, das ist jetzt eben so, nimm deine Medikamente, Sport geht nie wieder, um Gottes Willen, dann fängst du irgendwann an zu überlegen. Und ich habe erst dann angefangen zu überlegen, gibt es was anderes, als nichts mehr ging. Wo ich gedacht habe, okay. Und dann habe ich halt angefangen zu sagen, Moment mal, warum ist mir das passiert? Hier gibt es Leute, die sind so alt wie ich, die sind gesund. Und das hat so meinen Klick gegeben, zu sagen, ey Jutta, du musst hier irgendwie aus dieser Mühle rauskommen. Und so habe ich mich dann, habe ich ein Studium noch der Vitalstoffe gemacht. Ich fand ja Vitalstoffe früher auch total blöd. Ich sage, sowas braucht doch keiner. Vitamin C oder Vitamin D ist doch alles Quatsch. Ja, ich durfte mich eines anderen belehren lassen. Und letztendlich bin ich dann bei dem großen Thema gelandet, Entzündungen. Und bei mir damals bei dieser, es war eine angeblich chronisch virusnegative Myokarditis, die sich aber herausstellte, dass sie akut und viruspositiv war. Ich hatte mir einen viralen Infekt, ja, erfolgreich verschoben oder beziehungsweise vom Darm auf das Herz gelegt. Und dann sagte halt der Herzmuskel irgendwann so, jetzt mache ich nichts mehr. Und wenn du einen Herzmuskel entzündet hast, du kannst eben nicht sagen, den schalten wir jetzt mal gerade aus, warten wir zwei Monate und dann schalten wir dich wieder an. Das ist halt echt taktisch unklug. Und damals gab es aber, also was heißt gab es nicht, zumindest waren in meinem Umfeld keine Menschen, die mir irgendwie sagten, du pass mal auf, das ist eine chronische Entzündung, eine stille Entzündung, die sich irgendwie auf deinen Herzmuskel gelegt hat. Wir müssen da ansetzen. Und ja, und seitdem begann eigentlich meine Reise zu forschen, zu erfahren, chronische Entzündungen, stille Entzündungen. Was ist das? Was können wir tun? Und was hängt alles noch da dran? Und so begann dann die Reise in die Informationsmedizin. Sehr spannend. Vor allem ist das wahrscheinlich kein Einzelschicksal, sondern häufig ist es ja so, das liegt vielleicht auch in der Natur des Menschen, dass man da erst aktiv wird oder die Verantwortung komplett dafür übernimmt, wenn es halt wirklich schon relativ düster aussieht. War bei mir auch so. Und ich denke, auch bei vielen Kollegen, die in diesem Gesundheits-, im Bereich der Präventivmedizin, in der Aufklärung, Naturherkunde unterwegs sind, die hatten wahrscheinlich auch häufig gesundheitliche Herausforderungen und sind dann so erst auf den Trichter gekommen. Du hast gesagt, ihr habt, also man hat immer nur geschaut, wie kann man Krankheiten früher erkennen, aber nie, warum sie entstehen. Was denkst du, woran das liegen könnte, dass einfach das kaum eine Rolle spielt in großen Teilen der Forschung und Schulmedizin? Ja, denn wenn ich so zurückblicke, auch ich bin ja wirklich so in so eine gewisse Schiene geworfen worden, dass du da gar keine Möglichkeit hattest, das mal zu hinterfragen. Also ich war so, ich war auch von meiner Ultraschallwelt, ich war begeistert. Ich habe es geliebt, wenn ich diese Ultraschalluntersuchung machen konnte und war aber wirklich in so einem Tunnel drin, weil immer von rechts und links auch immer nur kam, wir brauchen neue Technologien, wie wir was früher entdecken oder dann haben wir Medikament A, dann geben wir noch Medikament B und dann kriegt der Nebenwirkung C, dafür haben wir Medikament E. Also das war für mich normal. Das muss ich auch zu meiner Schande gestehen. Denn es war für mich einfach normal zu sagen, der hat einen Befund, dann nimmst du ein Medikament und dann wird er geheilt. Was natürlich totaler Quatsch ist. Und deswegen bin ich auch meiner eigenen dramatischen Erkrankung aber sehr dankbar, weil ich so einfach erkennen durfte, Moment, das ist doch gar nicht normal. Und wenn ich auch so zurückblicke, ich war ja auf Hunderten von Stroke-Units, also da, wo die Menschen liegen, mit einem Schlaganfall und habe ja viele Halsschlagadern geschallt. Und da siehst du eben, inwieweit fließt das Blut noch richtig schön durch oder inwieweit ist da so ein Steinbruch und du siehst, oh Gott, oh Gott, das wird hier alles eng, da kommt bald nichts mehr durch. Aber dann war immer nur die Frage, ja, wenn der einen Schlaganfall bekommen hat, okay, auf Intensiv, auf eine Stroke-Unit, du machst eine Lüse, also du löst das Ganze wieder auf mit speziellen Substanzen und dann schälst du das in einer chirurgischen Operation, wird das Ganze ausgeschält, damit dieses Gefäß wieder glatt ist. Aber damit hast du ja nicht an der Ursache angegriffen. Und das wird mir eigentlich heute im Nachhinein erst klar, auch Kinder, drei-, vierjährige bekommen Schlaganfall. Das ist auch gar nicht so geläufig. Und auch das hat ja eine Ursache. Ja, und du wirst ja dann auch bei deinem Weg, nach der Ursachensuche oder auch nach alternativen Heilmöglichkeiten auch auf die Heidelbeere gestoßen. Wie kam es dazu? Und wie kam es auch dazu, dass du dich so intensiv damit beschäftigt hast? Also ich habe immer etwas gesucht, was bei stillen Entzündungen, überhaupt bei Entzündungen irgendwie hilft. Mir ging es natürlich erst mal um mich oder auch um Menschen, die auf mich zukamen und haben gesagt, was haben sie denn gemacht, wie sind sie da wieder rausgekommen? Und dann gab es, ja, Zufälle gibt es keine, kam sozusagen die wilde Blaubeere auf mich zu, vor sieben, vor acht Jahren mittlerweile. Und dann habe ich einfach angefangen, mich mal damit zu beschäftigen. Und je tiefer du ja gräbst, desto mehr fängst du ja dann an zu merken, wow, was stecken da für wundersame Kräfte hinter? Dann fängst du an, die einfach zu essen oder als Saft zu nehmen. Also du nimmst dir erst mal den einfachsten Weg. Und um es kurz zu machen, ich habe dann einfach erfahren dürfen, dass die Inhaltsstoffe beispielsweise von diesen wilden Blaubeeren in dir gewisse Gene anregen können, die dann wiederum, oder gewisse Mastersubstanzen anregen können, die Gene ansteuern, die dein Immunsystem unterstützen. Das geht aber eben nicht, wenn du die nur so roh isst, du musst die extrahieren. Und dann kannst du das auch nicht mit jeder Blaubeere machen. Es gibt über 100 verschiedene Sorten. Du brauchst eben eine gewisse Sorte, die auch dort aufwächst, wo sie unberührt ist, wo sie zwar kämpfen muss gegen alle Widrigkeiten, gegen Sturm, gegen Bakterien, aber wo minimum 100 Kilometer Umkreis keine Zivilisation herrscht. Und diese wilde Blaubeere habe ich jetzt in diesem Jahr endlich gefunden. Okay, und die ist für den, also sagst du, diese Beere hat mit Abstand die besten positiven Wirkungen, oder gibt es auch andere wilde Heidelbeeren oder wilde Blaubeeren, die auch viele positive Wirkungen haben? Also ich sage mir immer, alles, was aus der Natur kommt, jenseits von einer Zivilisation, hat mit Sicherheit eine positive Wirkung. Das ist ganz klar. Und es wäre zu vermessen, zu sagen, das hat jetzt nur meine. Es geht ja auch da um die Inhaltsstoffe, um diese sogenannten Anthocyanidiner, also das sind einfach, das Wort Wirkstoff darf ich ja nicht nennen, aber es sind Stoffe, die dir helfen können, dein Wohlbefinden zu unterstützen. Das darf ich sagen. Also ich habe auch schon zwei Abmahnungen bekommen von Pharmaindustrie, deswegen bin ich da vorsichtig mit dem, was ich sage, ist leider so. Und je höher dieser Prozentsatz an diesen sogenannten Anthocyanen ist, desto effektiver können sie bei dir etwas Positives erreichen. Und es gibt die mit fünf, mit zehn Prozent und ich habe sie halt jetzt mit einem sehr, sehr hohen Prozentanteil, wo ich einfach gemerkt habe, wow, da ist echt richtiger Wumms hinter und habe das dann entsprechend auch in einem zellbiologischen Institut checken lassen. Die Prüfberüchte hatte ich dir ja zugeschickt, ich kann die auch gerne nachher nochmal so ein bisschen durchgehen, weil es mir einfach darum ging, ich möchte einen Beweis haben, was machen sie wirklich bei Entzündungen, was können sie tun und bei oxidativen Stress. Und das waren so die zwei wichtigsten Versuche, die dort eben dann von dem Chemiker durchgeführt wurden. Du hast gerade schon die Pharmaindustrie angesprochen, dass du auch Abmahnungen bekommen hast. Was denkst du, wie groß wäre, sage ich mal, der Aufschrei in der Pharmaindustrie oder auch von welcher Tragweite wäre das, wenn man ein Medikament entwickeln könnte, das diese Wirkungen hätte? Was wäre das für eine News in dieser Bubble? Ich meine, wir wissen, und da geht es ja nicht nur um eine wilde Blaubeere, es geht auch um Vitamin D, um Vitamin C, das wissen wir ja. Es gibt diese Sachen ja alle. Es ist ja da, das ist auch bekannt, aber du kannst es eben nicht patentieren. Du kannst ein Vitamin D nicht patentieren, du kannst eine wilde Blaubeere nicht patentieren und damit kannst du dann eben, ich sage mal, du verdienst damit Geld, aber Geld und Geld ist ja ein Unterschied, aber eben nicht diese Dimensionen und Unsummen, hinter die auch ich gar nicht steige, die eben bei der Pharmaindustrie entwickelt werden. und vielleicht kommen wir gleich noch darauf, wenn du beispielsweise nur auf Schmerzmittel gehst. Ich hatte da heute Morgen nämlich extra nochmal nachgeschaut, habe gedacht, damit ich nichts Falsches sage, wie war das? 1,9 Millionen Menschen in Deutschland nehmen Schmerzmittel und 1,6 Millionen davon sind abhängig. Jetzt überleg dir mal, wenn du das ersetzen könntest durch Naturprodukte. Irre. Wäre auch ein großer finanzieller Schaden sozusagen für diejenigen, die diese Produkte entwickeln. Ja, ich sehe das eher als Reichtum für die Menschen. Ja, klar. Und für mich wäre das ein Riesenreichtum. Und wie gesagt, das geht ja bei allem, das fängt ja bei einem Wadenwickel an, um Fieber zu senken und geht über, was weiß ich, Ingwerwasser, um auch eine virale Effektivität zu haben. Das ist ja jetzt eben nicht nur eine wilde Blaubeere, sondern das ist ja ein Riesenkonglomerat an Naturstoffen. Und das ist, glaube ich, einfach der Punkt, und die Zeit ist aber da. Die Zeit ist da, dass die Menschen immer mehr realisieren, es gibt eine Alternative. Und ich sage auch, wir brauchen die Schulmedizin, darum geht es gar nicht. Wir brauchen auch Schmerzmittel nach einer Operation und allem. Das ist absolut unfassbar wichtig. Nur, es geht eben um die Dauer der Einnahme und die Folgen, die daraus entstehen können. Das ist ja das Schlimme. Ja, großes Thema. Du hast am Anfang auch ein paar Zahlen genannt. Ich habe mich letztens auch damit beschäftigt. Also anscheinend ist es so, dass 50 Prozent der deutschen Bevölkerung haben eine chronische Erkrankung. Und ich glaube auch im Durchschnitt 15 Jahre lang mindestens. Es zeigt ja auch, dass so die bisherigen Ansätze, auch wenn der, ja immer so der Fortschritt gefeiert wird, nicht unbedingt, ja, die gewünschte Wirkung haben, sondern eher im Gegenteil. Die Leute werden eigentlich immer früher, immer kränker. Welche ist jetzt so meine Wald- und Wiesenbeobachtung. Das heißt, es muss auch andere Lösungen oder Ansätze geben, die da vielleicht deutlich erfolgsversprechender sind. Du hast gesagt, die wilde Heidelbeere, also zentrale Wirkung ist die Eindämmung von chronischen, stillen Entzündungen und auch Schutz vor oxidativen Stress. Wenn man mal recherchiert, dann hat sie auch sehr positive Auswirkungen oder wird ihr nachgesagt, zum Beispiel in Bezug auf das Gehirn, aber auch bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Geschichte und auch für die Entgiftung. Könntest du dazu noch ein bisschen was sagen? Dem kann ich zustimmen. Also es ist Entzündung, oxidativer Stress, ist die eine Geschichte. Zu dem Bericht erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Generell, um das auch einfach noch mal zu sagen, weil du eben die chronischen Krankungen erwähnt hast, ist, die Leute sterben nie an einem, zum Beispiel an einem Herzinfarkt, stirbst du nicht. Du stirbst an der Folge von stillen Entzündungen. Also es ist noch nie ein Mensch an einem Herzinfarkt gestorben. Ich glaube, das ist einfach wichtig zu sagen, weil das hat ja, warum stirbst du an einem Herzinfarkt vor allen Dingen? Weil ein gewisses Gebiet, ein Muskel nicht mehr durchblutet wird. Warum nicht? Weil das Gefäß eben nicht frisch ist wie ein Gartenschlauch, sondern porös und total zugemüllt, aufgrund eben als Ursache von stillen Entzündungen. Ich finde es noch mal ganz wichtig zu erwähnen, denn das wird alles immer so in einen Topf geworfen. Und wenn wir gerade schon bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind oder auch der Wirkung in Anführungsstrichen, der positiven Auswirkungen auf unser Wohlbefinden, das geht ja im Prinzip bei den Augen los, bei der Augengesundheit, zum Beispiel die Synthese von dem Rhodopsin, die wird also von dem Farbstoff wird verbessert. Wenn du zum Gehirn gehst, da gibt es auch unzählige Studien, dass es neuroprotektiv wird. Wir hatten auch, das war ganz süß, ich hatte eine Frau am Telefon, die hat es ihrem Papa gegeben, mit beginnender Demenz. Und auch da sind ja entzündliche Prozesse im Gange. Und es gibt ja verschiedene Tests, dass du die Uhr schreiben musst, verschiedene Zahlen. Und das können diese Menschen ja dann irgendwann nicht mehr. Und dann hat sie ihm ganz viel von dem Fluentox gegeben, auch natürlich Vitamin D, Magnesium, Omega 3. Und sie sagte, du, der Papa kann wieder die Zahlen schreiben. Wir merken einfach, der nimmt wieder mehr am Leben teil. Ich meine, das sind natürlich Anrufe. Du, da könntest du heulen, wenn du das dann einfach hörst. Und dann geht es weiter. Alles, was mit Zähnen zu tun hat, Parodontitis. Das sind massive positive Effekte zu sehen. Natürlich die Zellgesundheit, Herzgesundheit, alles, was Myokarditis, Endokarditis, also alles, was mit einer Entzündung zu tun hat. Ein Riesenthema sind Darmerkrankungen, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. Da wissen wir, die Menschen haben eine irre Stuhlhäufigkeit. Das ist grausam. Die können teilweise nicht am Alltag teilnehmen. Auch hier sehen wir einen Rückgang von diesen Stuhlhäufigkeiten, dass die Menschen mal wieder am Alltag teilnehmen können. Dann alles, was mit Wehen zu tun hat, also Weheninsuffizienzen. Da sind wir wieder bei der Leber, bei der Entgiftung, weil sie geht auch durch die Blut-Hirn-Schranke. Also die Liste ist irre lang. Und die Rückmeldungen gehen wirklich von reduzierten Schmerzen bis zu, ich brauche eine neue Brille. Ich habe mir gerade eine gekauft. Jetzt brauche ich schon wieder eine, weil die Gläser sich verringert haben in der Stärke. Ich meine, das sind ja nette Anrufe. Von Hashimoto bis zu, ach Gott, es ist einmal quer durch den Garten sozusagen, durch diesen Schmerzgarten. Und mir geht es eigentlich gar nicht, die Leute sagen dann immer, ja, die haben ja so viele Antioxidantien. Darum geht es mir eigentlich gar nicht. Mir geht es eher um die Fähigkeit, dass das massiv ausgleichend wird. Diese wilden Blaubeeren zählen eben zur Gruppe von den Adaptogenen, wie auch Hafer oder Ginseng. Und wir sprechen ja heute, ich sage mal, in besonderen Zeiten. Also den Menschen geht es ja nicht so besonders gut, weil viel im Außen ist und sie kommen aus dem Gleichgewicht. Und dabei hilft einfach die wilde Blaubeere, wenn du die jetzt nehmen würdest, dann setz die eben dort an, was zuerst jetzt bei dir wieder in die Regulation gebracht werden muss. Und diese Magie, das ist ehrlich gesagt eher mein Ansatz. Und dann schauen die, was ist wichtiger, deine Gelenkschmerzen oder deine Augensicht? Also es wird das bearbeitet, weil diese Pflanzenintelligenz so massiv ist, das können wir uns mit unserem kleinen Hirn, sage ich mal, überhaupt nicht vorstellen. Das werden wir wahrscheinlich auch nie erforschen, oder? Es sind ja auch wahrscheinlich so viele verschiedene Substanzen drin, die man nie alle entdecken wird. Genau, das ist es. Und deswegen, ich sage auch immer, fühlt einfach rein. Schaut mal, was macht es mit euch? Fühlt es sich gut an? Und wenn nicht, dann ist es auch total okay. Also, dass wir auch mal wieder lernen, auf unsere Intuition zu hören. Ich glaube, das ist so massiv wichtig. Du hast ja jetzt ganz viele tolle, positive Auswirkungen angesprochen. Da wäre jetzt noch spannend, und da gibt es ja auch ganz viele Studien dazu, mit welchen Heidelbeeren wurden diese Studien gemacht? Wurden es teilweise mit diesen gezüchteten Heidelbeeren auch gemacht, die innen drin noch grünlich sind? Oder waren das alles Wildheidelbeeren oder Extrakte? Weil für mich und auch für die Zuschauer wäre halt spannend, okay, was kann ich im Alltag präventiv, wie kann ich die Heidelbeere integrieren? Oder auch was dann als Therapeutikum? Genau. Also, ich habe meinen Fokus nur darauf gelegt, auf wilde Heidelbeeren, die einen Anthocyanidien-Gehalt von mindestens 25 Prozent haben. Das war für mich die unterste Grenze, wobei die schon sehr hoch ist. Und das, was wir jetzt drin haben, sind noch mal 40 Prozent mehr. Also, das ist schon ein richtiger Wumms. Deswegen, wenn man da bei verschiedenen Studien googelt oder sie nachschaut, immer wieder nur da, wo mindestens 25 Prozent Anthocyanidine drin sind, das hast du in Kulturheidelbeeren gar nicht. Also, wenn du eine Kulturheidelbeere aufschneidest, ist die ja weiß, da ist ja nichts drin. Und so eine Kulturheidelbeere, ich meine, die liegt wie in Mallorca irgendwo am Strand und sagt sich, ich werde doch von außen gefüttert, wieso soll ich denn jetzt Abwehrstoffe bilden, ist doch totaler Quatsch. Aber so eine Wilde, weit ab von der Zivilisation, da ist ja keiner, der sie beschützt und behütet. Das heißt, die muss ich ja verteidigen. Die muss ich ja gegen die Umwelt irgendwie schützen. Und diese Stoffe, wenn das noch mal extrahiert und potenziert wird, die nimmst du ja auf. Und darum geht es letztendlich. Und wenn jetzt auch Menschen fragen, ja super, wie viel und was weiß ich soll ich daneben, mir geht es eher um den präventiven Ansatz. Also nimm etwas, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, weil diese stillen Entzündungen, jeder von uns hat das auf die eine oder andere Weise. Wir leben eben nicht als Mönch in der Höhle und machen den ganzen Tag um. Das ist einfach so. Und deswegen, wir haben ja in diesem zellbiologischen Prüfbericht, den kann man auch gerne anfordern, der ist frei zugänglich, ist eben festgestellt worden, dass zwei Kapseln eine so hohe antiinflammatorische Kapazität wie 800 Milligramm reines Ibuprofen haben. Und das ist schon irre. Also ich hatte es gehofft, aber als ich es gelesen habe, ja, dann wurde mir natürlich vieles klar, warum sich bei den Menschen auch nach Operationen und so, die haben halt einfach gesagt, komm, wir reduzieren die Schmerzmittel und nehmen parallel die Blaubeere mit dann da hoch zu. Und das ist irre, was damit erreicht ist. Und weniger ist auch mehr. Auch das haben wir in dem Bericht mitbekommen. Wenn einer sagt, dann nehme ich jetzt jeden Morgen vier Stück. Nee, macht keinen Sinn. Weniger ist wirklich mehr, sonst kann es kippen. Also eine, dann nach ein paar Stunden nochmal eine, okay. Aber auch da ist, deswegen sage ich, man ruft mich vorher an oder ich teste das auch aus, kinesiologisch. Manchmal ist wirklich weniger mehr, um einen positiven Effekt zu erzielen. Und was sagst du jetzt von Leuten, die das gern auch als Lebensmittel integrieren würden? Also ich esse fast jeden Tag Wildheidelbeeren, meist in Pulverform, wo ich denke, es eine gute Qualität hat. Oder auch eher in den wärmeren Monaten. Manchmal auch frisch oder halt tiefgefroren. Worauf sollte man dabei achten oder kann man sich damit auch viel Gutes tun? Damit kannst du dir mit Sicherheit schon einiges Gutes tun. Nur diese Effekte kannst du damit nicht erreichen, weil du brauchst diesen Extraktionsprozess. Also das ist einfach ein biochemischer Vorgang, der mit einem Pulver oder mit frischem nicht erreichbar ist. Aber ich bin auch ein totaler Fan von Blaubeeren oder von Heidelbeeren. Wenn ich sie esse, irgendwie aus dem Bioladen und Wild, weil so die Kultur, die schmecken halt nach Wasser und nach nichts, die sind relativ schwer zu bekommen. Aber wie gesagt, um diesen Effekt zu haben, du kannst ja nicht jeden Tag zwei Kilo essen. Also es geht gar nicht. Und wie gesagt, dieser Extraktionsprozess fehlt einfach, diese Multiplikation. Aber was viele machen, ich hatte letztens nochmal so einen Bergsteiger aus der Schweiz, die nehmen halt eine Kapsel, öffnen die morgens in den Smoothie rein und dann sagt er dadurch, es ist natürlich eine einfache Art und Weise, um die Kraft für den Tag zu bekommen und dann auch nochmal diese Immunkraft. Und das machen ganz viele. Die nehmen sich dann auch unterwegs die Kapsel mit, öffnen ab ins Smoothie rein oder ab ins Müsli, so mache ich es auch und löffeln das dann sozusagen munter vor sich hin. Aber Achtung, es färbt ganz massiv. Also das ist nicht vergleichbar mit dem, was du kaufst. Dieses Pull, dieses Extrakt ist sehr, sehr intensiv. Also da habe ich schon die tollsten Rückmeldungen bekommen. Warum haben sie das nicht gesagt? Deswegen ist mir das hier nochmal ganz, ganz wichtig. Da ist halt diese Kraft drin und das siehst du auch. Aber prinzipiell macht es keinen Unterschied, ob ich das jetzt in mein Essen Pulver reinpacke oder ob ich die Kapsel schlucke. Ja, also wenn du sie schluckst, wenn sie dann noch im zuhenden Zustand, also wenn du eine akute Erkrankung hast, dann würde ich schon sagen, nimm die Kapsel und schlucke sie, damit sie am Ort des Geschehens sich eher entfalten kann und präventiv, so mache auch ich es, ich öffne dann oft eine Kapsel, die kommt morgens in mein Müsli rein und dann ist es halt tiefrot, lila, wie auch immer. Okay. Und nochmal ganz wichtige Message, haben wir jetzt schon einige Male angesprochen. Es muss, wenn ich jetzt auch von dem Lebensmittel ausgehe, es muss draufstehen, wilde Heidelbeere, alles andere oder wilde Blaubeere, alles andere ist Kultur und hat es eher zu vernachlässigen. Absolut. Weil es gibt ganz, ganz viel, was da so rumschwirrt und wir sind ja auch durch Zufall in so eine Studie vom Professor Hänsel reingeraten vor ein paar Jahren. Da wurden alle, ja, da wurden diverse Nahrungsergänzungsmittel und alles mal getestet, was da drin ist und die kann man auch gerne anfordern oder kann man gerne verlinken und oft steht etwas drauf, was nicht drin ist und da steht dann drauf, das weiß ich, die haben 500 Milligramm Anthocyanidine, wo ich mich immer gefragt habe, wie geht das? Da war da nichts drin. Also es lohnt sich, da einfach mal ein bisschen zu hinterfragen und nicht immer alles zu glauben, was auf diesen Labeln da drauf steht. Ich weiß, das ist ja sehr schwer, also auch für mich ist es ja schwer zu, ich sehe es ja nicht von außen, was drin ist, aber ich lasse es dreimal kontrollieren, also da, wo ich es herhole, dann habe ich nochmal ein Institut, wo ich es kontrollieren lasse und nochmal hier in Deutschland einen Verband. Also ich möchte auch wissen, dass das, was ich den Menschen da anbiete, da muss ich auch morgens in den Spiegel schauen, weißt du, also da muss ja auch das entsprechende drin sein und es ist, wie gesagt, Roh oder auch Pulver ist halt kein Extrakt und dann auch, das sind halt einfach Unterschiede. Macht ja auch Sinn, weil dieser ganze Prozess natürlich ein Riesenaufwand ist und es wäre ja auch komisch, wenn alles dann gleich wäre. Aber man könnte ja auch beides miteinander kombinieren, oder? Ja, absolut. Also zum Beispiel im Sommer, wenn ich irgendwo im Bioladen wilde Blaubeeren bekomme, esse ich die, weil ich liebe die einfach. Absolut. Und das empfehle ich unbedingt jedem. Und wenn jemand auch sagt, Mensch, im Winter habe ich keine, will die aber mal ab und zu haben, dann gibt es tiefgefrorene wilde Heidelbeeren. Nur darauf achten, dass da keine Fruktose zugefügt ist, denn oft tendieren wir dazu, die Packung zu nehmen, ich sage mal, wo die Beeren am lockersten nebeneinander liegen. Das ist aber oft da, wo noch so ganz klein unten drauf steht, da ist noch Fruktose oder Fruchtzucker noch hinzugefügt. Also nur mal so als Tipp, einfach darauf achten, oft sind die, die aneinander kleben, sind reiner als das, was ja vermeintlich so schön aussieht. Und es gibt, also meines Wissens gibt es welche, die sind also Wildeidebeeren und dann gibt es auch noch Wildeidebeeren in Bioqualität. Du würdest dann wahrscheinlich immer auch die Bioqualität empfehlen. Ja, unbedingt. Unbedingt. Und auch ich mache es so, wenn ich, die sind sehr schwer zu bekommen und, aber auch ich habe einfach oft mal Lust auf, ja, auf die Frucht Heidelbeere an sich und, und auch wenn ich die anderen Kapseln nehme, natürlich, aber das ist bitte dann Wild und Bio. Wenn schon, dann eben weniger davon zu sich nehmen oder weniger nehmen und die dann echt genießen. Das ist halt ganz wichtig. Wie ist es mit dem Thema Nachtschattengewächse? Laut meiner Information ist ja die Wildeidebeere ein Nachtschattengewächs und es gibt einige Leute, die das anscheinend nicht gut vertragen. Also Nachtschattengewächse generell. Wie, wie schätzt du das Ganze ein? Sehr gute Frage. Danke dafür. Also ich habe jetzt in den, es sind jetzt wie viel, sieben, acht Jahre und ich habe tatsächlich in diesem Jahr eine Dame gehabt, die hat, also wir, ich habe ja verschiedene, einmal das Natur, dann auch mit Brennnessel und mit Cordyceps, je nachdem, für wen es entsprechend gebraucht wird und sie hatte das Natur genommen, wo auch wirklich nur die wilde Blaubeere drin war und sie hat wirklich gemerkt, dass ihre Haut Reaktionen zeigt und habe ich so noch nie erlebt. Also ich habe es mal gehabt bei einer Dame, die allergisch ist gegen Brennnesseln, aber gut, dann sollte man auch eben die Brennnessel nicht nehmen. Das konnten wir ganz schnell klären und aber auch bei der Haut ist ja dann die Frage, warum habe ich das? Und da gilt es erst mal zu schauen, wie geht es meinem Darm? Und die Empfehlung habe ich dann auch gemacht, ich sage, lassen Sie die erst mal weg. Jetzt gucken wir erst mal, dass wir den Darm sozusagen den Rasen mähen und dass es dem Darm wieder gut geht, weil oft steckt da noch ein Leaky Gut hinter. Es hat ja immer ja eine Ursache, warum du etwas nicht verträgst. Und das ist mir, wie gesagt, dieses Jahr, das war die erste Dame, die dann sagte, uff, irgendwie reagiert meine Haut. Okay, du hast gesagt, dass so ein Hauptwirkungsbestandteil sind die Anthocyaner. Wie ist es mit dem Thema Quercetin? Das ist meines Wissens ja auch enthalten. Quercetin ist ja ein Anthocyan. Ach so, das gehört dazu sozusagen. Genau, das gehört dazu. Also du hast im Prinzip diese große Gruppe, der sozusagen, oben stehen ja die Polyphenole drüber, so und dann, das sind ja die sekundären Pflanzenstoffe, darunter eine Gruppe sind die Flavonoide und dann auch kommen die Anthocyaner und von den Anthocyanen, da gibt es Delfinidin, Cyanidin, Pitunidin, wie heißen sie, Quercetin, also gibt es ganz viele. Und je mehr diese Anthocyaner, also je mehr Untergruppen da drin sind, und da habe ich einfach das Glück, dass da ganz viele von drin sind, desto größer ist natürlich dieses Wirkspektrum, wieder das Wort, was ich nicht nennen darf, also diese positiven Auswirkungen oder Tannine und sowas. Und Quercetin ist eines gut für die Haut und Delfinidin, also vieles für die Gefäßstabilität, dass die Gefäße eben nicht sozusagen instabil werden. Und deswegen sind die Anthocyaner einfach ja mit die wichtigste Gruppe sozusagen in diesem ganzen breiten Wirkstoffspektrum. Und also mit dem Quercetin finde ich auch spannend, weil es ist ja jetzt auch die letzten Jahre noch mehr in den Fokus gerückt, weil es ja auch so eine immunmodulierende, also immunstärkende, aber auch immunmodulierende Wirkung hat. Und bei dieser ganzen Geschichte mit diesem Virus kam auch immer wieder die Info durch, dass Quercetin dabei hilft, Zink in die Zellen zu transportieren und das in Kombination sehr effektiv ist. Daher finde ich das auch spannend, dass halt, also ich kann mir das auch vorstellen, dass, sagen wir mal, es wäre flächendeckend verschrieben worden, dass die Leute sehr viele wilde Heidelbeeren oder auch von mir aus auch das Extrakt daraus zu sich nehmen sollen, dann wäre wahrscheinlich das Immunsystem auch etwas stärker gewesen. Wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, mussten wir einige Dinge relativ vorsichtig formulieren. Das ist leider so heutzutage auf YouTube und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, nicht das komplette Video hier zu veröffentlichen, sondern das komplette Video in voller Länge auf einem anderen Portal zur Verfügung zu stellen. Und wenn du dieses Video sehen möchtest, das komplette Video, natürlich 100% gratis, dann klick einfach auf den ersten Link hier unten in der Videobeschreibung. Dann kannst du das ganz entspannt mit wenigen Klicks anfordern und dir dann das komplette Video anschauen, was ich dir sehr empfehle. Da gibt es noch einige spannende Informationen, die man auf jeden Fall nicht verpassen sollte. Und genau, ich denke, du verstehst das und wir sehen uns dann im kompletten Video wieder. Bis dahin, euer Sören. Ciao.